Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Sly und wir machen das, was wir am besten können. Wir haben da mal, wo wir aufgehört haben. Wacht, hier komme ich gerade irgendwie nicht rein, aber hey, hier komme ich gleich weiter. Das ist ja auch schon mal viel wert. Darum, nächstes Target. Holz, die Frau einsetzt. Na dann, wenn er mich hat. Bauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie ist das? Das hilft. Direkt durch die Rüstung. Weiter feuern! Das ist das. Das ist ein ganzes Zettdorf. Ja, das ist das. 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 Okay. Was ist das? Was hakt, ey? Warte kurz überlegen, ob ich auf den Nahkampf gehe, aber das so... Ah, ne, ich stehe eigentlich safe genug. Uh, Glanzplatte. Damit holt man mich schon ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie auch passend hochkommen. Müssen wir hier irgendwie... Jetzt sieht es zumindest aus, als käme ich hier irgendwie hoch. Hm, der gute Shit. Hier oben ist aber irgendwie nichts mehr, ne? Was ist denn schlimm? Haben, was wir wollten. Wo muss noch ein Soldat irgendwo rumliegen? Und dann können wir hier noch gleich eine Tür öffnen. Ich hab' die Hoffnung, dass das da irgendwas bringt. Weil, wenn ich... wär' ein bisschen traurig. Das könnte sogar hinhauen. Du kommst da nicht hin, Sly. Was ist denn? Da ist ja... Wunderbargängig. Da ist ja... Wunderbargängig. Dann gehen die Schleckse. Das könnte ziemlich viel sohn. Uff! Ich hab' die Schlecksektur, denn ich weiß nicht, wie kann ich das nur gucken. Ich hab' die Schlecksektur. Was soll nicht irgendwas tun. Ich hab' die Schlecksektur. Aber, wenn ich nicht ja so mit der Schlecksektur wiederhole, Mit mir zu sagen, ich komme da nicht hin. Meister des Geländes. Na ja, ist nachher für ein Kampf. Auf jeden Fall. Hier noch nichts zu suchen. Also ich. Aber hey. Was ich erledigt habe, habe ich erledigt. So. Ich weiß nicht, welcher Kampf hier nachher stattfinden wird. Hey. Ressourcen sind schon mal out. An der Nabelschweine. Was leben die hier auch? Hier ist eine Kiste. Gehen wir doch gleich mit. Wenn sie schon so nett sind. Und uns die hier hinlegen. Ich bin ein bisschen ärgerlich, weil ich gleich dann hier einmal wieder rüber muss. Price to pay. Ich meine, ihr seht, das ist hier nur noch so ein kleiner Fokofor. Dann habe ich mich das abgeschrieben. Wenn ich mal abschließen wollte. Damit bin ich dann eigentlich schon wieder ganz zufrieden. Das ist ein tolles Ding. Ich bin jetzt direkt den Endgegner durchgetriggert oder sowas. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Aber mir erstmal an Ort zu sagen, dass ich da nicht hinkomme. Schlimm. Leute, ich verstehe, dass das dir das nicht leicht macht. Aber ich bin bisher nicht überall hingekommen, wo ich hinkommen wollte. So safe habt ihr es auch nicht gemacht. Das ist unmöglich. Daher lasst mich doch gleich hier hochgehen. Spare ich mir so umständige Dinger. Hier bin ich hochgeklettert. Aber nicht mein Verlust. Ich leite hier einfach vor mich hin. Ich leite hier. Ich leite hier. Ich leite hier. Ich leite hier unten gerade. Dann der oben. Dann haben wir da wieder Ruhe. Ich soll mich mal Respekt behandeln. Ich habe es nebenbei ausgeräuchert. Dann heilen wir uns ein bisschen und jetzt gehen wir hier oben wieder lang. Machen wir da weiter, wo es letztes Mal aufhören. Ich wollte sagen, solange die Sau jetzt nicht direkt vor der Nase langweist. Habe ich Bock auf Sonnenflügler. Oh. 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 Okay. Okay, besser. Okay. 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 Oh, okay. Oh, hey, was da? Stressige Jungs, Leute. Das ist nur für ein bisschen Loot. Ist die Zeit schon wieder rum, ey? Ach, Kämpfe können aber auch manchmal wirklich lästig sein. Wenn du eigentlich nichts Schlimmes willst, weißt du? Dann stehst du hier und denkst du... Okay, ich will doch einfach noch weiter, Jungs. Ich freue mich gerade, dass ich die Membran und so weiter habe, weil... Oh, super. Das war der nicht, aber der macht sich hier so richtig lange auf dem Schreibtisch. Da oben blinkt noch was. Sollte ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Da oben bin ich noch so ein Kack-Area, auf das ich gar keinen Bock habe. Warum ist hier auch irgendwas, was ich will? Wander-Trupp oder was ist das? Hier hin, mach den Part. Dann porte ich mich wahrscheinlich da hin. Ja, fühle ich irgendwie. Ich geh mir nicht auf und müsse. Säure verursacht hier kaum Schaden. Ich geh auf keinen besonderen Mut oder so. Dann laufe ich einfach mal ganz regulär weiter und schau mal was auf der Strecke so entgegenkommt. Ich hab hier genug hier zu tun. Und die Minute habe ich jetzt noch um zu schauen was hier passiert. Was ist das jetzt? Was ist das? Eure Rücken, Dornrücken. Irgendwie fühle ich die gerade nicht. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas zum Speichern, das machen wir erstmal. Können wir mal, da hinten können die sich da prügeln, das ist mir relativ egal. Wait a minute, my phone, huh? Weiß ich ständig aus! Wir machen was erwischt! Axel! Bist du wirst nicht so weigern! Bist du wirst nicht so weigern! Aufhalten! Weich doch aus! Weich doch aus! Alles okay? Wollte ich eigentlich nur nett sein, ne? Dann haben wir hier die ganze Scheiße an den Backen. Naja, so kommt man auch zu seinen Ressourcen. Irgendwo andere Dinge, die hier rumliegen. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt, ne? Sehr schön, jetzt können wir auch speichern, weil das war der eigentliche Plan. Wenn ich hier bin. Aber hey, machen wir das halt auch. Du hast hier wieder genießt dein Leben und denkst, ja, kann ich mal genau so liegen bleiben. Ich bin irgendwo vor mir. Ein Areal haben. Sehr gut. Es ist mir Zeit, die ganzen Dinger aufzudecken. Ich sollte keine Frost einsetzen. Boah, ich bin eher nicht mehr, die Schrauthaufen sind mir so egal. Können sie sich drüber prügeln. Ich lese mal gerade zu, dass ich hier so langsam mal die... Ach ja, ich bin schon über Länge, ne? Ich habe wieder vergessen. Die Minute mache ich noch. Wir sind uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.